Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch was zeigen und zwar diese Einstellung in Impreza. Wenn ich hier unten auf Box Layout gehe und dann speichere und dann mir meine Seite anschaue, dann sehe ich, dass ich links und rechts riesige Ränder habe. Und ich wurde in letzter Zeit ziemlich oft kontaktiert, weil diese Ränder nicht gewünscht waren. Und zwar ist es ziemlich schade, dass Impreza im Grunde genommen diese Option unter Styling gebracht hat, weil hier findet sie niemand. Das ist ein bisschen schade. Ich werde auf jeden Fall dem Support irgendwann mal schreiben. Leider habe ich das bisher immer vergessen. Ich gebe es zu. Aber wer sich eingehend mit Impreza beschäftigt, der findet dann irgendwann hier unten diese Einstellung. Und ich hoffe, dass ich dieses Video, ich werde das dann jetzt immer posten, wenn irgendwer das hier nicht findet, weil ich schreibe dann immer auf, bei Facebook zum Beispiel oder bei Xing oder LinkedIn, wenn die Leute mich adden und fragen, hey, wie geht das? Dann schreibe ich immer, ja, hier, Design, Theme Options und dann ganz runter scrollen unter Layout. Und dann muss ich jedes Mal nachgucken, weil ich mir das nicht merken kann, wie dieser Menüpunkt hier heißt. Das kostet mich jedes Mal fünf Minuten, also es ist natürlich guter, wenn ich ein Video mache. So, und dann kann man natürlich auch die Background-Color zum Beispiel auswählen. Ja, also da ist es natürlich immer ganz cool, wenn ich das hier direkt in meinem, in dem Theme selber mache. Ich mache das immer mit so einem Inspektor, ne, also das ist natürlich eine ziemlich coole Idee, wenn ihr damit ein bisschen umgehen könnt. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht, dass man hier zum Beispiel, wenn das gewünscht ist, das ein bisschen anpasst und denkt, oi, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, dann nehme ich jetzt mal diese Farbe und dann wird das meine neue Hintergrundfarbe. Ich nehme den als Farbcode und dann kann ich sagen, zum Beispiel, wenn ich ein Bild jetzt hier hochladen würde, dann könnte ich sagen, ja, das soll sich wiederholen, das Bild, horizontal, vertikal, oder das soll sich gar nicht wiederholen, dass man zum Beispiel eine Musterbildung erzeugt. Ja, dann kann man sagen, wie das ausgerichtet ist, ob das oben links ist zum Beispiel. Ja, und dann könnte man hier noch sagen, ich muss es mir selber gerade angucken, wenn man da ein Bild einfügt, ob das dann, ich klicke immer falsch, ob das dann statisch sein soll. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel zusammenzieht, ob das dann responsive sein soll. Also das kann man hier einstellen. Hier ist es fix und hier wird es immer, ja, sich automatisch an den Bildschirm hundertprozentig anpassen. Das ist auch nochmal so eine Einstellung hier, die ist wichtig, damit kann man viel rumspielen, sage ich mal. Wenn das erwünscht ist, kann ich da auch nochmal gerne ein Tutorial machen. Aber jetzt wisst ihr, wie man dieses Boxed Layout hier wieder deaktivieren kann, das speichern kann und jetzt sozusagen alle Einstellungen hier wieder verworfen sind und das Ganze ist wieder Fullscreen. Und ich sehe hier übrigens gerade, dass hier was kaputt gegangen ist. Das liegt an meinem Update. Ich habe ein Update auf Impreza 1.9.3 gemacht und das hat wunderbar geklappt. Also, ja, wer das, da man ein Update-Video braucht, könntet ihr mir auch gerne kommentieren und dann werde ich mal beschreiben, wie man im Detail updaten kann. Euch wünsche ich eine wunderbare Woche noch und ich freue mich auf eure Kommentare. Viel Spaß!